Gut, zum Abschluss noch ein paar Bemerkungen über den Zusammenhang zwischen Newtons Werk und Kepler. Newton hatte Keplers Gesetze mit als Motivation, seine Mechanik zu entwickeln, vor allem sein Gravitationsgesetz. Nachdem er das gefunden hatte, konnte er tatsächlich aus seinen Gesetzen die Kepler-Gesetze herleiten. Kepler hat es ja aus Beobachtungsdaten hergeleitet, also er hat sich die Daten der Planeten angeschaut und ist dann auf diese Gesetze gekommen, ohne sie aber beweisen zu können. Er hat nur gesehen, sie passen zu den Zahlen. Newton konnte beweisen, mithilfe seines Gravitationsgesetzes und der von ihm entwickelten Mathematik und natürlich dem Newton'schen Grundgesetz und so weiter und so fort, dass die Kepler-Gesetze bei einer Bewegung um ein Zentralgestirn oder eine zentrale Masse gelten müssen. Er ging da noch drüber hinaus. Er konnte sogar berechnen, welche möglichen Bahnformen unter dem Einfluss der Gravitationskraft von einer zentralen Masse entstehen können. Dazu gleich mehr. Hierzu noch eine kleine Anmerkung. Newton hat Folgendes gezeigt. Auf Schulniveau kann man die Rechnung für Kreisbahnen zumindest nachvollziehen. Ich präsentiere nur das Ergebnis, ist aber nicht so schlimm, die Rechnung selber. Newton konnte zeigen, dass die Umlaufdauer eines Planeten ins Quadrat durch den Radius der Kreisbahn, exakt müsste hier die Halbachse hoch 3 stehen. Hier steht der Radius der Kreisbahn hoch 3, deswegen Kreisbahnnährung. Das ist gleich 4 Pi Quadrat durch Gravitationskonstante und dann steht hier unten Masse der Sonne plus tatsächlich die Masse des Planeten, den ich betrachte. Das heißt, dieser Ausdruck ist gar nicht wirklich konstant, also derselbe für alle Planeten, wie Kepler behauptet hat, sondern er hängt hier in dieser Art und Weise von der Masse des Planeten ab. Jetzt ist es aber so, wir haben vorher gesehen, die Sonne ist unvorstellbar schwer. 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Im Vergleich dazu ist selbst der schwerste Planet vernachlässigbar. Das heißt, man kann diesen Ausdruck hier mit gutem Gewissen weglassen und dann bekommt man das klassische Kepler-Gesetz, nämlich Kepler-Gesetz 3, das Umlaufdauer ins Quadrat durch Halbachse hoch 3 bzw. Radius hoch 3, die es ja kaum ein Unterschied für die meisten Planeten, tatsächlich konstant ist, weil eben die Planetenmassen sehr viel kleiner als die Sonnenmasse sind. So, dann das, was ich vorher gesagt habe. Newton konnte zeigen, dass es sich bei der Planetenbewegung oder allgemeiner bei der Bewegung irgendeines Gesteinsbrocken im Gravitationsfeld von einer großen Masse, da habe ich den Anfang des Satzes vergessen, dass die möglichen Bahnformen immer sogenannte Kegelschnitte sind. Hier seht ihr einen Kegel. Wenn ich den so parallel zur Grundfläche durchschneide, entsteht ein Kreis. Also, Newton hat gezeigt, eine mögliche Planetenbewegung könnte ein Kreis sein. Ist ziemlich gut erfüllt für die meisten Planeten, auch für den Mond um die Erde. Wenn ich die Schneideebene hier ein bisschen schief halte, dann bekomme ich tatsächlich eine Ellipse. Das ist die gebundene Bewegung bei allen Planetensystemen. Wenn ich die so halte, die blaue Schneideebene, dann kommt hier, wenn ich den Kegel abschneide, tatsächlich eine Parabel raus. Und wenn ich das so mache, dann bekomme ich eine Hyperbel mit zwei Ästen. Und Newton konnte jetzt ganz, ganz respektable Leistung aus seinen Gesetzen herleiten, dass nur diese vier Bahnformen möglich sind. Heutzutage, wenn man Differenzialgleichungen lösen gelernt hat und die physikalischen Grundlagen versteht, kann man das in ein paar Zeilen bewerkstelligen. Aber da selber drauf zu kommen und die nötige Mathematik zu entwickeln, Respekt. So, und hier noch, wie diese möglichen Bahnkurven nun von der Startgeschwindigkeit oder der Abschussgeschwindigkeit abhängen. Wir nehmen an, wir stellen uns auf einen hohen Berg auf der Erde und schießen eine Murmel oder einen Satelliten oder was auch immer hier horizontal ab mit einer bestimmten Startgeschwindigkeit. Dann gibt es zwei entscheidende Zahlen. Das gilt jeweils, wenn wir hier uns im Abstand RE, also Erdradius vom Mittelpunkt befinden. Also zu hoch sollte das hier nicht sein. Luftwiderstand wird natürlich vernachlässigt, sonst stürzen die Objekte viel, viel früher ab. Dann gibt es zwei Geschwindigkeiten. Das hier ist die sogenannte erste kosmische Geschwindigkeit. 7,9 Kilometer pro Sekunde. Wenn ich es schaffe, diesen Stein oder die Murmel hier mit 7,9 Kilometer pro Sekunde horizontal abzuschießen, würde er sich ohne Luftwiderstand auf einer perfekten Kreisbahn bewegen. Das hat Newton ja gezeigt, ist eine mögliche Bahnform für eine Planetenbewegung oder hier für die Bewegung des Steins um die Erde. Wenn ich ihn langsamer abschieße, würde er sich auf einer Ellipse bewegen. So, nur habe ich jetzt eben das Problem, dass die Erde ja nicht ihre Masse hier konzentriert hat. Also wenn die Erde ein winziges schwarzes Loch wäre, würde sich tatsächlich dann hier so eine Ellipsenbahn einstellen, nur dass ich dann hier natürlich nicht auf einem Berg stehen könnte. So wird der Körper einfach abstürzen. Jetzt haben wir ja dieses Jahr gelernt, beim waagerechten Wurf habe ich eigentlich Parabeln. Da ist eben die Sache, das gilt nur, wenn ich einen konstanten Ortsfaktor habe. Wenn ich hier eine gewisse Höhe über der Erdoberfläche habe, dann bekomme ich hier eben ein Ellipsenstückchen und keine Parabel mehr. Das als Randbemerkung. Dann gibt es hier diese zweite Geschwindigkeit, 11,2 Kilometer pro Sekunde, die sogenannte zweite kosmische Geschwindigkeit, die wird uns in späteren Videos nochmal begegnen. Da würde sich, hat Newton gezeigt, eine Parabel ergeben. Das heißt, keine geschlossene Bahnkurve mehr, sondern der Körper würde hier ins Unendliche abhauen und nicht mehr zurückkommen. Wenn meine Startgeschwindigkeit zwischen diesen beiden kosmischen Geschwindigkeiten liegt, dann würde sich hier so eine klassische Kepler-Ellipse ergeben. Dann würde der Stein oder die Murmel sich auf einer solchen Ellipse bewegen. Und dann schließlich noch, wenn ich mit einer Geschwindigkeit größer als der zweiten kosmischen Geschwindigkeit den Stein wegschnipse, dann verlässt er ebenfalls den Anziehungsbereich der Erde, aber nicht mehr auf einer Parabel, sondern auf einer Hyperbel. Und ein Komet, der zum Beispiel alle paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte wiederkehrt, der bewegt sich hier auf einer solchen Hyperbel, eben mit einer sehr, sehr großen Halbachse und kommt dann immer nur alle so und so viele Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte in den Beobachtungsbereich der Erde. Könnte aber auch sein, dass ein sehr schnelles Objekt irgendwo aus dem All herkommt. Das würde dann von der Erde oder eigentlich natürlich von der Sonne, das ist die größere Masse, auch vorher bei dem Kometen natürlich Quatsch, da von der Erde zu reden, sondern von der Sonne, würde sich hier auf eine solche Parabel oder Hyperbelbahn ablenken, aber würde dann den Anziehungsbereich wieder verlassen. Das beschließt jetzt die klassischen Betrachtungen zum Newtons Gravitationsgesetz im Zusammenhang mit den Kepler-Gesetzen.